Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Ankaufen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Kauft an. Kaufte an. Hat angekauft. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich kaufe an. Du kaufst an. Er kauft an. Wir kaufen an. Ihr kauft an. Sie kaufen an. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich kaufte an. Du kauftest an. Er kaufte an. Wir kauften an. Ihr kauftet an. Sie kauften an. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe angekauft. Du hast angekauft. Er hat angekauft. Wir haben angekauft. Ihr habt angekauft. Sie haben angekauft. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich kaufe an. Du kaufest an. Er kaufe an. Wir kaufen an. Ihr kaufet an. Sie kaufen an. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich kaufte an. Du kauftest an. Er kaufte an. Wir kauften an. Ihr kauftet an. Sie kauften an. Den Schluss macht der Imperativ. Kaufe an du. Kaufen an wir. Kauft an ihr. Kaufen an sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb ankaufen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Vielen Dank.